So wirkt sich Rust Fall auf Filmarbeit von Jella Hase aus Eric Baldwin's 66 Todesschuss bei den Dreharbeiten von Rust hielt die ganze Welt in Atem In einem Interview mit der Neuen Osnabrücker Zeitung verrät Jella Hase 31 nun, welchen Einfluss der tödliche Unfall auf ihre eigene Arbeit als Schauspielerin hat Beim Dreh ihrer Netflix-Serie Clio seien noch am selben Tag die Sicherheitsmaßnahmen angepasst worden, damals haben wir uns sofort auf klare Regeln eingeschworen, wir müssen unsere Grenzen benennen Wir müssen es sagen, wenn wir erschöpft sind, wir dürfen gerade bei Kampfszenen nichts überstrapazieren Im Gespräch mit dem Blatt lässt die 31-Jährige zudem die vorherige Staffel der deutschen Action-Thriller-Serie Revue passieren und spricht dabei von einer persönlichen Schussszene am Set In der ersten Clio-Staffel kriege ich eine Kalaschnikow in die Finger und schieße eine Tankstelle zusammen Das hat schon was Und ohne es zu bewerten, es macht auch was mit einem, findet Jella und fügt nachdenklich hinzu Wenn man das spielt, fragt man sich dann schon, ob das eigentlich in Ordnung ist Und warum so eine Figur einem eigentlich so eine große Freude bereitet Im Oktober 2021 war es zu dem tödlichen Unfall am Set des Westerns gekommen Elik erschoss die Kamerafrau Halina Hutchins, Kreuz 42, versehentlich, als er unwissendlich mit einer geladenen Waffe probte Der Regisseur Joel Sousa, 51, wurde ebenfalls von dem Schuss getroffen und verletzt Vor knapp zwei Wochen musste sich der 66-Jährige daher vor Gericht behaupten Am 13. Juli wurde dann das Urteil verkündet Die Richterin ließ die Anklage wegen fahrlässiger Tötung gegen den Schauspieler fallen Nummer 17 Mascher Genre Nummer 17 Rudolf Wir werden dort die Tauboy-Titel Mit der Tauboyation Von Gott Mit der Tauboyation können die Tauboyat gesammert Sch DM Wind In Ứ subscribe